Verhältst du dich so, dass du mit deinem Verhalten die Menschen anziehst und die Situationen anziehst, die du in deinem Leben haben willst? Die, die mir schon lange folgen, wissen, dass wir ein Energiefeld haben. Und dieses Energiefeld um uns herum trägt unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Gefühle. Passen deine Gedanken, Worte und Gefühle zu dem, was du für die Zukunft für dich haben möchtest? Und wenn du sagst Nein, was kannst du dann verändern? Denk darüber nach.